Hallo, wir sind hier am Wettersteinplatz, am Wettersteinplatz und die Antifa hat jetzt eine Gegenkundgebung gemacht. Sie verteilt einfach Flyer mit falschen Fake News über die AfD. Schaut mal an, wie viel Polizei nötig ist. Die haben ja auch noch ihre Bereitschaft mit dabei. Das ist von dem U-Bahn-Eingang. Schauen wir mal nach, was die auf ihrem Ding haben. Ich glaube, das kenne ich schon. Den rechten Wahlkampfverbotieren gegen rechte Krisenlösungen. Aber ich darf hier Fotos machen? Doch. Jetzt wird mir tatsächlich gedroht, dass ich hier Fotos mache, dass ich hier ein Video mache. Einer von der Antifa hat mich bedroht. Ich habe ihn jetzt nicht aufgenommen, weil... Die treten ja hier öffentlich auf. Ja, das ist öffentlicher Platz. Also man darf filmen. Ja, nicht nur. Die führen selber einen Ruck hier wirklich. Ja. Die machen sowieso Fotos. Die machen Fotos, nicht nur. Ich habe einen Ruck hier wirklich. Ja, das ist gut. Das ist gut. Das war's. Das war's. Ich habe mich sicher.